Erster. Mit dem Arona hat Seat als allererster im Volkswagen-Konzern einen Crossover am Start. Ja, ab 2018 erfolgt dann noch ein Polosuff, ein Skoda Polar und vielleicht auch ein Audi Q1, aber uns geht es hier heute erstmal um den Arona. Und da steht vor allen Dingen eine Frage im Vordergrund. Wo sind die wesentlichen Unterschiede zum Ibiza? Beide teilen sich eine Plattform, MQB A0. Dennoch ist der Arona 8 cm länger und 10 cm höher. Zusätzlich haben wir mehr Bodenfreiheit und dann diese schwarze Schwellerverkleidung rundum. Sieht robuster aus, aber aufgepasst, Allradantrieb hat er nicht. Er wird auch nicht als Offroader platziert, sondern als Stadtauto für den Urban Jungle. Wir wissen, da geht es manchmal heiß her. Style steht auch im Vordergrund. Wir haben bei den Außenfarben bis zu 68 Kombinationsmöglichkeiten und das ist wirklich eine Menge. Vorteil bei so einem kleinen SUV oder auch Crossover ist die Sitzhöhe. Die sind hier fünf Zentimeter höher als im Ibiza und dementsprechend etwas leichter fällt der Einstieg. Ich nehme hier Platz und lasse mich mehr oder minder einfach nur auf den Vordersitz plumpsen. Mehr Kopffreiheit als im Ibiza soll man hier haben. Fünf Zentimeter mehr und ich bin 1,87 m. Machen wir die Probe aufs Exempel. Also da passt locker eine ganze Faust noch dazwischen. Ich habe genügend Platz für meinen Kopf und auch im Innenraum wirkt das Ganze ein klein wenig luftiger als im Ibiza, denn die Frontscheibe, die wurde etwas steiler angestellt. Dadurch habe ich eben das Gefühl, hier mehr Raum zu haben. Zugleich wurde der Armaturenträger etwas angehoben. Das soll mehr Sicherheit vermitteln. Trotzdem sitze ich hier drin, nicht eingemauert wie in einer Burg. Ich habe noch genug Überblick, sehe die Straße oder hier eben auch das Studio. Gut, die Ausstattungslinie. Hier, FR, natürlich nur das Beste. Sehr schick. Alles weiche Kunststoffe. Ein bisschen besser sogar als im Ibiza. Hier mit den Ziernärten das Gleiche auch in den Türen. Wirklich schick gemacht. Übrigens, mit der FR-Ausstattung haben wir hier eine Sechsgangsschaltung an Bord und es gibt dann auch tatsächlich den 150 PS-Motor, den wir bereits aus dem Golf kennen oder auch aus dem Ibiza. Und zusätzlich haben wir eine Dämpferverstellung für Sport und Normal. Und bei den Fahrmodi, da haben wir Eco, Individual, Sport und Normal. Auch im Fond fällt der Einstieg leichter. Hier sitze ich vier Zentimeter höher als im Ibiza und nach oben zum Dachhimmel habe ich drei Zentimeter mehr Kopffreiheit. Und auch das kann ich hier sofort nachvollziehen. Der Vordersitz, der ist noch auf meine Größe eingestellt und trotzdem habe ich vor meinen Knien noch ausreichend Platz. Und so kann ich mir gut vorstellen, auch in Reihe zwei ein paar Kilometer mit dem Seat Arona zu fahren. Das Kofferraumvolumen wird mit 400 Litern angegeben. Das sind nochmal 45 Liter mehr als im Seat Ibiza. Kommen wir auf die Motoren zu sprechen. Zum Marktstart gibt es drei Benziner von 95 PS hoch bis 150 PS. Bei den Dieseln haben wir einen 95 PS Motor und 115 PS Motor. Dann bei den Schaltungen Fünfgang Getriebe, Sechsgang Getriebe und das Siebengang DSG. Allrad wird es nicht geben, aber das braucht der Seat Arona vielleicht auch gar nicht, denn er profitiert als Crossover von den Vorteilen des höher sitzend und stylisch ist er auch. Davon konnte man sich hier überzeugen. Was soll das Ganze nun kosten? Wahrscheinlich wird er Ende 2017 auf den Markt kommen und Autobild geht mal fest davon aus, dass er der Abreisen von ungefähr 16.000 Euro zu haben sein wird. D Abonnenten Untertitelung des ZDF, 2020